Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 1. November. Ja, gestern war Halloween. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Halloween gehabt, schön gefeiert, Spaß gehabt und habt heute frei und könnt ausschlafen und hört trotzdem unseren kleinen niedlichen News-Podcast. Und der hat heute dabei Bitcoin, Microsoft Office, zweimal Twitter und zweimal Snapchat. Beginnen tun wir mit Glückwünschen zum Geburtstag und zwar für Bitcoin. Bitcoin ist 10 Jahre alt geworden. Tja, man denkt es kaum. Ich war, glaube ich, zum ersten Mal in Begründung mit Bitcoin 2011. Ja, da war Bitcoin schon. Jetzt müsste ich mal rechnen. Drei Jahre dann, glaube ich, alt. Naja, jedenfalls Happy Birthday Bitcoin. Wir haben einen Artikel in den Shownotes von TechCrunch. Die haben so eine kleine Historie aufgeschrieben, wie was gestartet ist, welche Meilensteine es gab. Und ja, auf weitere 10 Jahre, sage ich mal. Dann eine Information von Microsoft Office Produktmanager Aschkai Bakshi. Wir lieben ja solche Namen hier beim Geek Talk Daily. Der hat nämlich auf Twitter angedeutet, dass Tester in der nächsten Woche Zugriff auf eine neue Version von Microsoft Office für den Mac erhalten. Und die wird den Dark Mode von macOS Mojave unterstützen. Ja, schöne Sache. Ich finde, wenn der Dark Mode schon da ist, dann sollten eigentlich auch alle Apps den unterstützen. Und sowieso die großen, wie so ein Microsoft Office. Und eigentlich sollte das jetzt ja auch nicht die große programmiertechnische Herausforderung sein. Also von daher, ich bin gespannt und warte drauf. So, und jetzt gehen wir zu unseren Doppelpacks. Wir haben zwei Twitter-Nachrichten. Einmal hat Twitter bekannt gegeben, dass die Aufhebung des 140-Zeichen-Limits, beziehungsweise Aufstockung, oder Verdopplung kann man noch besser sagen. Denn von 140 auf 280 Zeichen wurde ja verdoppelt, dass diese Änderung nur oder fast nur positive Auswirkungen hatte. Damals gab es ja durchaus einen Aufschrei. Sprich, die Leute haben gesagt, Twitter verliert seine Identität. Und ja, so richtig ist das auch nicht passiert. Wie so oft, groß rumgeschrien, aber am Ende des Tages haben die Leute einfach weitergemacht wie vorher. Und das bedeutet nämlich auch, lediglich 10% machen mehr als 140 Zeichen. Und auch der durchschnittliche Tweet, der hat eine Zeichenzahl von jetzt 36 Zeichen, was schon echt wenig ist. Und der hatte vorher 35 Zeichen. Also echt nicht so viel. Und die 280 Zeichen, die werden gerade einmal von einem Prozent aller Tweets ausgenutzt. Ich hätte das jetzt nicht erwartet, habe aber auch irgendwie kein Gefühl dafür gehabt. Ja, und was wurde auch noch erkannt dabei? Man ist einfach freundlicher geworden. Also man sagt viel öfter, oder man sagt, man schreibt in seinen Tweets viel öfter, bitte. Das sind plus 85, nicht 85, 58 Prozent. Man sagt viel öfter Danke, das sind plus 31 Prozent. Und entschuldigt sich mit plus 44 Prozent. In Amerika sieht es ähnlich aus. Please ist plus 54 Prozent. Und thank you plus 22. Und Abkürzungen als Beispiel, zum Beispiel GR8, das heißt Great im Amerikanischen, wurde gerne abgekürzt, weil man ja wenig Zeichen hatte. Die Nutzung von GR8 ist 36 Prozent runtergegangen. Und gleichzeitig ist die Nutzung von Great, also der richtige ausgesprochene Begriff, um 32 Prozent hochgegangen. Ja, also soviel zu den Statistiken von Twitter und den 140 zu 280 Zeichen. So, jetzt mal zu was wirklich Relevantem. Twitter testet nämlich zur Zeit auf der iOS-App eine Schaltfläche, die es ermöglicht, instantly zwischen der chronologischen und der algorithmischen Timeline umzuschalten. Das war ja immer ein Riesenthema. Aber alle wollten die chronologische Timeline und Twitter und auch die anderen sozialen Netzwerke sagen immer, lasst den Algorithmus doch arbeiten, der bietet euch doch viel bessere Informationen und Tweets und interessante Sachen. Ja, aber nichtsdestotrotz, viele Leute wollen es nicht. Man kann ja schon länger umschalten auf die chronologische Timeline. Ist ein bisschen versteckt in den Settings. Aber eine Schaltfläche direkt, ja, auf dem Homescreen, mit dem man zack, jetzt auf gleich ändern kann, von der verspricht sich Twitter, dass die Leute eben auch den Algorithmus vielleicht öfters wieder benutzen, selbst wenn sie eigentlich die chronologische Timeline möchten. Und vielleicht mal heute so, morgen so. Und ja, wie üblich, es wird getestet mit einer kleinen Gruppe von Nutzern. Und wenn es erfolgreich ist, dann bekommen wir alle das. Warten wir also da ab. Und ab zum nächsten Doppelpack. Snapchat. Auch zwei Themen heute. Snapchat, beziehungsweise Snapchat PR-Firma, die hat jetzt einen Influencer verklagt, weil der die Spectacles nicht beworben hat. Witzigerweise auf Instagram. Tja, also die PR-Firma hatte die gute Idee durchaus, dass man sich Influencer auf Instagram sucht und die dort die Spectacles benutzen lässt. In Fotos, in Storys. Und dafür haben sie den Influencer Luca Sabbat, den ich jetzt nicht kenne, beauftragt für stolze 45.000 US-Dollar vorab, plus 15.000 US-Dollar später, dass er die Spectacles, wie gesagt, in seine Storys, in seine Fotos einbettet und sich damit auch in Paris und Mailand, besser gesagt, auf den Fashion Weeks zeigt und dann entsprechend logischerweise dort fotografiert wird. Und das hat er alles nicht gemacht. Beziehungsweise er hat, glaube ich, einen Post oder zwei Posts gemacht. Und jetzt sagt die PR-Firma, wie ich finde, zu Recht, so nicht. Wir wollen unser Geld erstmal wieder haben. Das vorab bezahlte Geld von 45.000 US-Dollar. Und wir wollen noch weitere 45.000 US-Dollar entschäden. Also die kann man ja durchaus geltend machen, weil eben die Leistung nicht gebracht wurde und sich die Dinger dann entsprechend auch nicht verkauft haben, wie ansonsten die PR-Firma erwartet hätte. Denn das war auch der Grund, dass beispielsweise in der Story auch so ein Swipe-Up ist, dass man die Brille direkt kaufen kann, dann auf Instagram, was ja schon ein bisschen witzig ist. Tja, und Snapchat selber hat jetzt erstmal nichts mit der Klage zu tun. Das macht die PR-Firma. Aber wir halten natürlich ein Auge drauf und gucken, was daraus passiert. So, zweiter Thema Snapchat für heute, auch wieder die iOS-App. Fällt mir jetzt gerade auf, ist es wie gerade bei Twitter. Zweite Nachricht ist dann iOS. Ja, die iOS-App von Snapchat hat ein Update bekommen und dort ist nun Apples Call-Kit integriert. Call-Kit, werden sich vielleicht einige von euch fragen, was ist das? Das ist die Möglichkeit, dass ein Anruf in Snapchat, also ein Voice-Call, direkt über die Telefon-App des iPhones empfangen werden kann und sprich, zum Beispiel auch im Auto, wenn man Carplay benutzt, dann über die Autofreisprechanrichtung wie ein normaler Telefonanruf behandelt wird. Finde ich eine gute Sache. Die Anrufe tauchen dann zum Beispiel auch in der Anrufliste auf und sollte generell auch jede App haben, finde ich, die so eine Voice-Call-Funktionalität eingebaut hat und dann hat man das alles schön zentral an einem Ort und kann auch einfach mit der Telefon-App dann entsprechend den Anruf annehmen. Ja, das war es dann auch für heute. Also, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt ausschlafen können, habt ein schönes Halloween gehabt und eventuell habt ihr ja morgen frei, Brückentag oder aber immer das Morgen zur Arbeit, aber egal, was es ist, es wird natürlich morgen auch ein Dele geben. Von daher, bis dahin, ciao, ciao, bleibt positiv. Hört mehr Geek Talk.